Guten Tag Oh, oh, oh Gott Ah, oh, oh, oh We have a critical situation Officer Down Okay, das ging schnell Hallöchen, meine lieben Freunde Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR Mit mir, dem Razer und euch, dem Zuschauer Ha, mal die alte Begrüßung gemacht Alte oder neue? Ich weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal nicht Ich glaube, ich habe das immer Geil Mal im Emergency Card Checking Mal schnell vom Thema ablenken Wie geht da hin? Ähm, dazu So, ich soll es vielleicht erwähnen, dass jetzt Äh, äh, äh Ich soll es vielleicht erwähnen, dass, ähm Ich voll falsch war Und dass, äh, neue Mods Da sind Deswegen Als deine Anmerkung Schau dir in die Beschreibung Alles ist dort Fein säuberlich aufgelistet Behaupte ich jetzt einfach mal Wahrscheinlich ist eh alles komplett Verpackt und kaputt, aber Äh, nö, passt schon Äh, nur das wollte ich nur mal sagen Nicht, dass da jetzt wieder Fragen kommen Äh, 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 so mal Zeit zu drehen Das sieht ja alles in der Beschreibung Sogar kategorisch Aufgeteilt Und ich fall hier wieder voll im Bullshit zusammen Deswegen haben wir jetzt auch ein paar neue Einsätze Immer, äh, hier Emergency Vehicle Hi, äh, hier, ne War das ja hier Und falls ich mich anders anhören sollte Liegt das darin, weil Äh, ich ein bisschen Halle in Anführungsstrichen Weil das Zimmer größer ist Gerade, wo ich aufnehme Beziehungsweise Ja doch Kann man schon so sagen Deswegen, falls ich mich anders anhöre Wisst ihr warum Also wieso fahren die mir immer den Weg Vor allem, was hat denn für eine Karre, Alter Dass der hier so wegkommt Sind's hier 500 Meter hinter dem Und irgendwie Wird das hier nix Naja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ah, alles gut Alles gut Und vielleicht fragt sich der ein oder andere Warum ich jetzt plötzlich Ach, ich schaue mich aus Warum, ähm Warum ich so plötzlich Mehr Folgen LSBDFA mach Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht Weil, irgendwie packt mich voll die Lust Gerade zum Aufnehmen Und zum YouTube Ich bin gerade wieder Voll in der Motivation drin Äh, wieder Videos zu machen Trotz des Stresses Was gerade ist Aber, äh Naja Ist ja Ganz gut für beide Seiten, ne Würde ich immer behaupten Deswegen, äh Denkt mir am besten Einfach gar nicht weiter nach Warum das so ist Sondern genießen es einfach Lol, achso Ah, ich dachte Das wären Kollegen Okay, Moment Wie machen wir das jetzt hier Ja, so schon mal So schon mal nicht So, komm Aussteigen So Das Hallen Verwirrt mich mehr Als ich dachte Im Zimmer Ey Komm Ist da noch jemand im Auto? Keine Ahnung Egal Wir nehmen den erstmal Was wird das jetzt? Erstmal fest hier Und holen Transport Good Work Officer Find ich gut So Den Transporter hier Lass mal abschleppen Äh Ich hab übrigens Neben neuen Mods Auch die alten Mods Mal geupdatet Das hab ich jetzt die ganze Zeit Lang nicht gemacht Und jetzt dachte ich mal Jetzt könnten wir mal Die Sachen alle updaten Deswegen, äh Denk ich mal Es gibt ein paar Improvements Wie man so schön sagt Äh Was auch die Mods angeht Und ich würde sagen Wir fahren weiter Äh Wir durften einmal reparieren Jetzt sind wir auf dem Land Das heißt wir müssen wieder zurück In die Stadt fahren Drehen wir hier mal Ganz gemütlich Ja Der fährt dem erstmal hinten rein Weil der möchte sein Auto kaputt machen So Hier durch Achso Sirene aus Und wieder zurück in die Stadt Weil auf dem Land Äh Sind wir eigentlich nicht zuständig Oh Erstmal auf die andere Fahrbahn ausweichen So Schreibt mal in die Kommentare Soll ich eigentlich nach Regeln fahren So konsequent quasi Nach Ampeln In der Spur bleiben Also jetzt zum Beispiel hinter dem Ich kann das mal demonstrieren hier So in der Geschwindigkeit In die Stadt zurückfahren Ich finde das ein bisschen Äh Ein bisschen zu realistisch Weil Ich meine jetzt fahren wir hier mit Keine Ahnung 40 kmh Landstraße entlang Ich überhole ihn jetzt mal Erstmal schön rechts überholen Damit es auch noch so richtig schön strafbar ist Homeless People Da hinten Egal Da gehen wir hin Spawncode 2 Suspect is a male This name is Dimitri Raskov And is old Okay Alter Mann Obdachlose scheinbar Was soll man mit dem jetzt machen Binden die etwa den Verkehr oder was Weil das hier auf dem Highway ist Naja Wir gucken mal So Wir gucken mal was uns erwartet Also wenn das jetzt wirklich Obdachlose Leute auf dem Highway ist Dann sind das wirklich Ziemlich behinderte Leute Weil wer Wer Übernachtet gerne Auf dem Highway Ich verstehe es nicht Ich verstehe es einfach nicht Außer sie sind natürlich betrunken Und verstehen nichts Ah dann müssten wir den Krankenwagen holen Aber das war auch eine Möglichkeit Hallo So So Guten Tag Oh 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 Gott Ah Oh 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 Ich ziehe doch die Flasche in der Hand Und denke mir so Oh jetzt muss ich mal aufpassen Ähm Ja Mit meiner Aussage hatte ich nicht ganz unrecht Würde ich mal gerne behaupten So wir holen uns eine neue Karre Äh Hier haben wir Police Crews Aber eine mit Sirene oben drauf Genau So Dann dürfen wir natürlich auch gleich reparieren Weil der Typ jetzt reingefahren ist Das Ging schnell Scheiß Oh Das dürfen wir wiederum nicht reparieren Weil ich dem reingefahren bin Er darf reparieren Aber er kann nicht reparieren Weil er scheiße ist Das Ähm Würde ich jetzt einfach mal behaupten Schnell Gang Riot Okay Wir fahren hin Chamberlain Hills Units Chamberlain Hills Suspects have a pistol Okay Okay Pistol Alles gut Wir sehen uns die Sache mal an Aber am besten mit Verstärkung Oh Gott Lass mich durch Aber Pistolen sind jetzt nicht allzu schlimm Wir haben nämlich eine Schrotze Haha Wir haben eine fucking Schrotze Und wir haben eine Pistol Soll eigentlich kein Problem sein Dennoch werde ich jetzt hier Oh Gott man hört es schon Da vorne Okay Warte auf Wir gehen erstmal in First Person Damit wir die Experience aufrechterhalten können Und dann Kommen wir jetzt von hinten Okay Wir holen mal eben Verstärkung Wir holen mal eben SWAT All available David Units On alert So kommen Okay Scheiße Äh Wir sollten vielleicht gucken Dass wir die Leute verhaftet bekommen Der ist tot Warum sind hier schon die Kollegen Hände hoch Hände hoch Hände hoch Hände hoch Okay Scheiß drauf Ich glaube wir müssen Oh Gott Oh ja Wir müssen Okay Oh Gott 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 Nein 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 Ah Okay wir müssen auf jeden Fall schießen Die Kilo und sonst Okay Good work würde ich jetzt nicht sagen Wir haben alle einfach um einen Haufen geballert Aber zumindest haben wir den Einsatz neutralisiert Was sind die behindert Was geht denn hier gerade ab Alter das gibt es doch nicht Alter die sind doch Ah Fuck Ah es schießt Alter das ist doch ein Witz Ihr müsst nicht die alle umbringen Wieso verliert ich eigentlich kein Leben Das ist aber disabled der Gottmode Hm Naja Vielleicht sind wir einfach ein Wunderkind So Und jetzt Was macht jetzt hier Die auf Ja Er ist wirklich zu meiner Karre Ja Dann können wir es nämlich alle mal So Was machen Was machen die Polizisten jetzt Was haben die vor Sollte ich mithelfen Was machen Ja Egal Wir machen mal Wir machen mal weiter Sonst wird das hier nichts So wir drehen um Lassen den Transporter weiterfahren Fahren wir einmal mal weiter Durchs Ganggebiet Das war einer der Interessanteren Gebiete Storm Police Vehicle Hm Nö Komm brauchen wir jetzt nicht Storm Police Vehicle Hört man schon so oft Beziehung Ja gut Den Bus haben wir aber öfter Ich würde gerne weiter Das Ganggebiet Patrouillieren Können wir natürlich auch machen Armed Individuals In Strawberry Suspects armed with heavy weapons Okay wir fahren Code free Müssen hier durch Okay armed Suspects Das heißt wir sollten ein bisschen Aufpassen unter der Brücke Scheiben Was heißt wir gehen mal Auf welcher Seite unter der Brücke Hier oder auf der linken Okay wir steigen mal aus Sind das die da vorne Nehmen mal einen Taser in die Hand Hallo Die ist scheinbar freundlich Das ist bestimmt hier unten Oder irgendwo Pass auf Wir gehen mal mit der Schrotze Gehen wir mal Da hinten nachschauen Die sind bestimmt da hinten Oder Das sind harmlose Obdachlose Was sind das hier Ich habe jetzt nur Angst Dass die jetzt plötzlich Einfach da sind Und dann Äh Stehen wir mittendrin Muss es auch nicht sein Weil das ist aber auch Da hinten beim Gunshop War ich da hinten am Autohaus Wir gucken uns einfach mal um hier Kann natürlich auch sein Dass es einfach ein falscher Alarm war Weil hier scheint es jetzt auch nichts Um 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 normales abzuspielen Hm Wurde die Polizei etwa eiskalt verarscht? Wir wissen es nicht Aber wir müssen es herausfinden Vielleicht da hinten irgendwas Oder auf der anderen Seite Ich habe ein Gefühl Dass hier falscher Alarm herrscht Hallo Ich glaube es herrscht falscher Alarm Wenn nicht Äh Sind die Gangs halt schon abgehauen Vielleicht wurde die einfach langweilig In den Sinn weggegangen Aber ich würde gerne mal wissen Was es mit der Frau hier auf sich hat Weil Irgendwie kann es sein Dass Okay Ja Die nehmen auf jeden Fall mit Die wollte gerade Uns angreifen Komm Hände hoch Hände hoch Hände hoch Hände hoch Hände hoch Hände hoch Komm Sie können ruhig weiterfahren Jetzt Oh fuck Da bin ich auf die Liege Scheiße Nein Das wollte ich nicht mal Okay Wir holen Corona Scheiße Das wollte ich nicht Wieso bin ich denn jetzt Ich kämpfe nur noch mit Pistole Die ist weitaus idiotensicherer Nein Nein Wieso Das wollte ich nicht So das Scheiße Ja gut okay Wir machen weiter Das Äh Wir müssen noch den Einsatz Und wir beenden Ähm Einsatz Beenden Wurde wir holen mal die Kollegen Wir holen mal Wir holen mal verstärken Mal gucken ob die Wo die hingehen Äh nicht über die Leiche fahren Ist mein Job So macht jetzt irgendwas Geht ihr irgendwo speziell hin Gehen zu mir Hallo Oh Ja das scheiße Was macht man denn jetzt Äh Weil das ist ein bisschen blöd Weil ich den Einsatz Beenden kann Ich glaube der Bafon ist Von vorne bis hinten Buggy Äh Successful Oh Möchte die Mod Nicht loaden No Weak Scheiße Nehmen wir einfach Neuen Einsatz Geht nicht Okay Wir suchen nochmal hier nach Gang related Wirelands Oder wie das hieß Vielleicht auf der Brücke Es geht jetzt gerade darum Einen Bug zu verhindern Oder Auszumerzen Ich muss mal ganz kurz Off Off Rollplay Cool dass ich diesen Einsatz Beendet bekomme Gibt es eine Kombination Ich meine Können natürlich einfach neu laden Also die Die ganzen Plugins Aber das kann es ja auch nicht sein Jetzt hier rum schieß Ne da wird nicht drauf reagiert Die flüchten alle Scheiße Ja was machen wir jetzt Müssen wir jetzt die Plugins neu laden Oder was Okay Machen wir Reload Huch Reload All Plugins Wir laden mal neu Und ich weiß nicht was da los war Oder los ist Aber scheinbar Bitte crash nicht Bitte crash nicht Okay Kann ich Kann ich wieder Ja kann ich Okay Aber der Kreis Möchte nicht Verschwinden Kann ich nicht Irgendwie End Callout Oder so machen Ne Was machen wir denn jetzt Ich guck jetzt nochmal nach Es kann doch nicht sein Dass das ist ja Dass das jetzt hier Ist das hier im Waffenladen Vielleicht Hallo Hier hinten Gibt es hier ne Schießerei Ne Doch Noch keiner Treff von dem Shooting Range hier Oder wer weiß Draußen Gibt es hier ne Schießerei Ich glaube das kam Vom Shooting Range Oh Mann Und ich kann auch Keinen neuen Einsätze Annehmen Falls ihr jetzt denkt So Wir kriegen keine mehr rein Ich kann die auch nicht Beenden Ähm Man kann die sicherlich Beenden Aber ich wüsste jetzt Überhaupt nicht Mit der Taste Und deswegen würde ich Sagen So leid es mir tut Beende ich jetzt einfach Die Folge Ja Weil das ist alles Neuzuladen Das wäre jetzt auch Irgendwie Käse Vor allem wir sind Jetzt bei 18 Minuten Hm Bisschen blöd Ich möchte die Folge Nicht so früh beenden Können wir jetzt Ne pass auf Ich hab nie Was wir jetzt machen Ähm Ich kann doch Bestimmt noch Verkehrsstops Durchführen Machen wir jetzt noch Verkehrsstopp Hier Äh So Police Cruiser So Aber wir sind noch Gar nicht mehr On Duty Glaube ich Oder Wir können gar Gar nicht mehr Anhalten Ne ne Ja ne Das bringt nichts Ja gut Leute Ich glaub Das Spiel ist komplett Verpackt Jetzt gerade Wir sind gerade Nicht mal On Duty Äh Das hat glaube ich Keinen Sinn mehr Heute Und so leid es mir tut Werde ich dann die Folge Wohl früh beenden Ich hoffe in der nächsten Folge Ist es anders Also ich weiß auch nicht Grab mal in die Kommentare Ob das Warum da Und wie Und wie wir das wegmachen Und so ne Ich würde sagen Wir sehen uns dann In einer weiteren Folge Von LSBTV Tut mir leid Für die frühe Folge Für die kurze Folge Wir sehen uns dann wieder In einer weiteren Folge Bis dahin Haut rein Macht's gut Tschüss Bis dahin